Du, wo sind wir hier? Wie, wo sind wir hier? Das weißt du doch. Nee, das ist so ein großer Raum und es ist keiner drin und hinter uns sind Tannenräume. Ja, weißt du nicht, wo wir sind? Nee, wo? Kinder, wisst ihr, wo wir sind? Hey, warte, das kenne ich doch. Das ist der Gottesdienstraum. Ja, das ist der Gottesdienstraum. Was machen wir hier? Hey, wir sitzen hier, weil es hier schön aussieht. Wie, weil es hier schön aussieht? Na guck, für das Video, was wir jetzt drehen. Wir haben hier Tannenbäume im Hintergrund, ist das gut ausgeleuchtet. Wir haben viel Platz, es ist nicht so eng wie bei mir zu Hause. Ja. Ja, und? Ja. Und? Weil wir den zweiten Advent haben. Wie zeigt der Advent? Ja, weißt du nicht, Advent? Die Adventszeit, die Zeit vor Weihnachten. Ja, ja, Weihnachten, da gibt es Geschenke. Ja, aber da geht es ja nicht nur um Geschenke. Äh, und was geht es denn dann? Komm. Du, das weißt du doch. Aha. Da geht es bestimmt auch wieder um Jesus. Mhm. Und was hat da passiert? Komm. Weihnachten. Du kriegst Geschenke und wir sind jedes Mal im Weihnachtsgottesdienst und was, welche Geschichte wird da erzählt? Die Geschichte von Josef und Maria. Genau. Von Josef und Maria. Und weiter? Die waren unterwegs. Ja. Und dann ist ihr Kind geworden. Mhm. Und um dieses Kind geht es. in der Adventszeit und an Weihnachten. Und dann gab es viele Geschenke. Ach komm. Wer war dieses Kind? Keine Ahnung. Haha, Jack, das weißt du doch. Nee. Komm. Um den geht es hier. In der Kirche, in der Bibel, ne? In der Kinderstunden. Da geht es meistens um eine Person. Den Leiter. Oh, nein. Und Jesus Christus. Ach so. Und Jesus. Sag das doch. Na, das müsstest du doch wissen. Eine Weihnachtengeschenke gibt es ja nur, weil Jesus geboren wurde. Ach so. Okay. Ja. Und in der Adventszeit, da warten wir auf Jesus. Wie, da warten wir auf Jesus. Ich dachte, der ist schon geboren. Ja, damals, vor knapp 2000 Jahren, im Stall, in Bethlehem. Aber, wieso warten wir jetzt? Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Dass er wieder zurückkommt. Wie zurückkommt. Gibt es da nochmal ganz viele Geschenke? Ja, so in der Art. Aber nicht so, wie du es meinst. Es gibt keine Pakete mit Spielzeug. Ach, schade. Ja, das ist der zweite Advent. So, was sagen wir? Schönen zweiten Advent. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.